hallo und willkommen liebe musikliebhaber und liebe unterstützer des nct takte gegen krebs benefits konzertes seit samstag steht es fest es gibt digitale feste termine der neunte zehnte und elfte zwölfte das sind die termine an denen ihr euch nichts vornehmen solltet nachdem ihr leider im oktober die präsenzveranstaltung abgesagt wurde mein name ist mir gesporen und ich freue mich auch sehr dieses jahr wieder mit dabei sein zu können wie ein teil dieser hauskonzerte werdet und dabei sein könnt das verraten wir euch auf diesen kanälen und in den kommenden tagen auf nct-takte.de findet ihr aber auch jetzt schon die möglichkeit symbolisch ein oder viele takte zu erwerben am freitag verrate ich euch dann was der inhalt dieses jahr sein wird welche lieder gespielt werden also bleibt gespannt und wir hören uns am freitag